Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, das ist dann schon mal der Psychologe und ja, heute reden wir mal über das Thema Selbstvertrauen, Frauen entsprechen oder auch meinetwegen Männer entsprechen, gibt's mal so Polaritätsthemen, aber lassen wir es heute mal, genau, wenn du auch solche Fragen hast, wie du jetzt hier kommst, kannst du über ein Formular auf liebeschiff.de stellen, vielleicht sehen wir uns auf der Lesung in München heute Abend und ich fang mal einfach mal an, bevor ich jetzt zu dem Thema Selbstbewusstsein ansprechen komme, nochmal eine ganz kurze andere Mail, frühstücken wir nochmal kurz ab, hallo Christian nach einer dreijährigen Dramabeziehung, kurz nach der Trennung, Chat auf WhatsApp, löschen ja oder nein, ja, natürlich, weg damit, was soll das, kein Problem und ja, früher konnte man die Dinger ja archivieren, aber gibt's keinen Grund so, ich hab früher auch mal einen oder anderen Chat archiviert, nie wieder reingeguckt, stell deine, sei dankbar für die Beziehung, die du mit deinen Echsen hattest, ne, schöne Erinnerung, hast du immer in deinem Kopf, brauchst so keinen WhatsApp-Chat und muss man auch nicht ausdrucken und als Buch sich reinziehen, das gibt's ja auch, gut, aber jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Mail heute, ähm, Flashback im Plus- oder Minuspol oder einfach dumm gelaufen, das ist die Frage, der Struggle von jemand, der versucht, in die männliche Polarität zu finden, hallo Christian, ich mache seit einiger Zeit deine Kurse, war schon auf der Frankfurter Lesung und hab mich in der Vergangenheit schon sowohl als Plus- als auch als Minuspol erlebt, eigentlich bin ich, dachte ich, auf einem guten Weg in ein nice-geiles Leben, bis ich vor ein paar Tagen ein scheinbar kleines, aber folgenschweres Ereignis erlebte, ich war im Zug unterwegs und kurz bevor ich aussteigen musste, fragte eine sehr attraktive Dame lächelnd, ob der Platz neben mir frei ist, ja, guck mal, was das Universum einem doch so zuspielt, ne, wunderbar, da muss man dann nur noch zugreifen, so, ne, und setzte sich dann neben mich, ich habe überlegt, ob ich sie ansprechen soll, ich wusste, wenn ich mal wieder nichts mache, ärgere ich mich nur über die verpasste Gelegenheit, deswegen ist es so wichtig, das zu lernen, deswegen macht ihr einen Datingkurs für Männer oder auch für Frauen, deswegen sind unterschiedliche Sachen drin, oder macht die Selbstbehauptungs-Challenge, so, das bringt einen so weiter, oh, hier ist wieder der Zoo am Start, ey, alter, ey, weil, und dafür übt man auch, für solche Gelegenheiten, dass man es da einfach abspult, also man übt es vorher, ansprechen zum Beispiel, oder aus Smalltalk, egal mit wem, mit der Omi an der Kasse hinter dir, Smalltalk, 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 dass du es aus dem fucking FF einfach abspulst, ohne nachdenken irgendwie, ne, für solche Situationen, ne. Äh, also habe ich dann doch kurz ein Gespräch angefangen, ja, super, sie ist drauf eingestiegen und das Gespräch fing gut an, dauerte aber leider nur zwei bis drei Minuten, bis ich aussteigen musste. Jetzt im Nachhinein beschäftige ich mich die Sache total krass, interessanterweise fiel mir, als wenn ich einfach nichts gemacht hätte, ja, also können, glaube ich, kann nicht, also ich kann das dazu relaten, ich glaube, viele andere auch, äh, und mich einfach nur ein bisschen geärgert hätte, warum ich mal wieder keinen Move gemacht habe. Ich habe kurz überlegt, noch weiter im Zug mitzufahren, damit wir länger reden können und vielleicht noch nach ihrer Nummer fragen zu können. Ja, aber das kannst du auch in zwei bis drei Minuten, ne. Äh, aber fand das dann eine komische Aktion und bin einfach ausgestiegen. Ja, das sind immer diese, deswegen macht man diese Shame-Attack-Übungen in meiner Selbstbehauptungs-Challenge, um sich nicht mehr so viel zu schämen. Äh, weiß mal, es passiert ja nur im eigenen Kopf, du denkst, das ist peinlich, nach zwei bis drei Minuten nach einer Nummer zu fragen. Das ist das Alltag für viele attraktive Frauen, äh, überhaupt für viele Frauen und, äh, nee, es ist nicht peinlich und wenn es peinlich ist, ja, da ist es eben, passiert nichts, es ist peinlich, du steigst trotzdem aus, du siehst dich nie wieder, das war's. Ne, kein Problem, ne. Ähm, so, aber was wir hier haben, ist wieder dieser, ich, äh, ist jetzt keine Werbung, aber Flasche voll oder Flasche leer im Moment, ne, du kannst jetzt sagen, äh, die Flasche ist halb voll, weil ich hab einen ganz wichtigen Schritt gemacht und das kann ich jetzt immer wieder machen, ne. Ja, die Juli wieder, Halli, willst du auch mal ins Bild kommen? Ach nee, das geht jetzt gar nicht so, naja. Alles gut, Juli? Ja. Alles gut, unser kleines Sorgenkind hier, ne. So, alles gut, alles gut, ja. Ähm, so, waren wir stehen geblieben? Ähm, also, Flasche halb voll ist, äh, ja, geil, äh, ich hab mich getraut irgendwie, was kann ich jetzt immer wieder machen, wenn ich im Zug sitze, ne, und das Universum wird mir bestimmt neue Gelegenheiten zuspielen, ne. Flasche halb leer ist, äh, warum hab ich nicht mehr gemacht, ne, und, also gerade wenn man so in so einem Modus ist von Veränderung, ist es total wichtig, dass man, ähm, mehr auf das Positive fokussiert, also auf das, was man geschafft hat und nicht auf das, was man noch nicht geschafft hat. Sonst ist man total, äh, frustriert überhaupt. Hadern, wie ich in meinem Glückskurs immer sage, ähm, ja, vergeudete Lebensenergie, was ist halt nicht gemacht, äh, und es bringt gar nichts da zu hadern, sondern nutzt diese Energie, ähm, ja, nächstes Mal einfach die ganze Strecke zu gehen und die Frau nach ihrer Nummer zu fragen oder auch einfach deine, äh, was weiß ich, reißt du irgendwo, äh, Blatt Papier raus aus irgendwas oder, oder fragst du einfach, kann ich dir mal eine Nummer geben, kannst du mich ja anrufen, ich fand's ein super Gespräch, ne, fertig, ne, ähm, weil das ist eigentlich nur noch ein ganz kleiner Schritt, das Ansprechen ist eigentlich der größere und natürlich auch diese Glaubenssätze mal zu hinterfragen, äh, kann ich innerhalb von zwei bis drei Minuten nach einer Nummer fragen, ja, natürlich kannst du das so, aber du hast das meiste, hast du eigentlich schon gemacht, deswegen gibt's eigentlich keinen Grund, sich zu ärgern, äh, weil, man, das ist alles ein Prozess, das geht eben nicht von null auf hundert, sag ich mal, ne, so, ähm, so weit, so gut, könnte man ja sagen, schließlich habe ich mich überhaupt getraut, was zu sagen, sie hat echt offen reagiert und vielleicht passiert das ja mal wieder, ja, natürlich wird das wieder passieren, ne, das kannst du jetzt immer wieder machen, das kannst du mit der Frau am Kinoschalter machen, das kannst du, kannst das überall machen, ne, ähm, nur hat mich das ziemlich aus der Bahn geworfen, ich musste die Tage ständig dran denken, was ich hätte anders machen können, ja, nachher nochmal fragen, das Ganze in fünf Sekunden abhandeln, das Thema gedanklich, ähm, so, ich fühle es so eine Art Liebeskummer, Leid und Sehnsucht, bevor ich sie eigentlich gar nicht richtig kennengelernt habe, ja, das ist diese Pluspoligkeit noch, dieses, ach, das war jetzt die eine, ähm, ne, da werden noch weitere kommen, trotzdem, übt es vorher, wirklich übt es, man fing mit Leuten, die euch nicht so wichtig sind, ähm, macht den wirklich, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, macht den Selbstbehauptungskurs, da sind wirklich jeden Tag eine Shame-Attack-Übung drin und das, das hilft so viel, ne, so für diese Sachen, dass man sich da nicht so ärgern muss, ne, und, äh, also, da lernt man halt, äh, ja, das haben nicht mal so viel Peinliches, eigentlich war es gar nichts mehr und, äh, das hat mich damals auch so weitergebracht, wirklich, so ein Kurs und, ähm, ja, weil das, das, ich weiß, das tut weh, wenn man jemanden schon so weit hatte und man hat einem gefallen, aber natürlich wird wieder jemand, äh, kommen, aber nehmen wir es jetzt mal als Zeichen vom Universum, okay, ich, äh, mache jetzt mal den Dating-Kurs und ich, ich, äh, lächle jetzt mal 100 Frauen an oder ich, ich führe jetzt mal 100 Smalltalk-Gespräche und was weiß ich, also nimm es als Zeichen, ähm, zu üben, dass du es das nächste Mal einfach abspulst, so, ne, also man macht es, äh, wie die jetzt nicht gewesen sollen, aber man macht es für die, die Richtige, du übst quasi, dass du mit der Richtigen wirklich es nicht verkackst, so, ne, aber Liebeskummerleid, äh, ist wieder so auf dem Podest stellen und, äh, also das war es jetzt und, und die, die hätte mich gerettet, äh, nein, das ist wieder so ein Pluspol-Denken, ne, gibt es auch keinen Grund für, ne, äh, ich hatte schon ein Gefühl, dass sie interessiert war, ja, wir wissen es letztlich nicht, man weiß es erst, wenn man die Nummern ausgetauscht hat, ne, äh, von da, ja, du weißt es jetzt nicht und du wirst es auch nie wissen, ähm, nur habe ich in der kurzen Zeit einfach nicht mehr gebacken gekriegt, ja, Flasche halb voll, alles gut, ne, Flasche leer, Flasche voll, ne, wie Trapattoni damals sagte, ne, äh, und das fuckt mich richtig ab, klingt vermutlich ziemlich crazy, was zwei Minuten blabla und so mir auslösen können, ja, ich verstehe das komplett, äh, ich kann das absolut nachvollziehen, also das kennt, glaube ich, jedermann, diese Momente, ach, hätte ich, hätte ich jetzt mal, ach, wir waren schon im Gespräch, hätte ich mal noch einen Schritt weitergegangen und damit das nicht passiert, übt es, übt es vorher, so, aber es hat, jedermann hat solche Momente, wo man denkt, scheiße, das, äh, da habe ich einen Ball verspielt, irgendwie so, ne, das, ähm, ja, also vielleicht kennt ihr dieses, äh, Video, ähm, da, USA ist ja immer so, dass sie dann so diese Kusskamera haben, äh, und da sieht man so einen Mann, Frau, Frau sieht zehnmal besser aus als der Typ und die Kusskamera geht drauf und, äh, ja, der Typ hat so viel Glück, dass, äh, die zehnmal attraktive Frau ihn anschaut, so, ja, du darfst mich jetzt küssen, die Kusskamera ist ja eh drauf und er macht es einfach nicht, schaut dann auch drüber, darunter Ball verspielt, ne, fumbled, äh, naja, äh, so, was will das Universum, kann man mir damit sagen, gar nichts, äh, doch, übt mehr, übt mehr, aber jetzt, wie gesagt, anzufangen mit Hadern, äh, das, ich meine, das fällt uns allen schwer, ich hatte jetzt, äh, vor der Lesung so ein witziges Ereignis hier in Berlin und zwar, äh, ich habe gerade so viel zu tun, habe, alles ist total durchorganisiert bei mir gerade und so, habe auf dem Weg zur Lesung, habe ich noch ein Paket abgeholt mit so Getränkepulver, sagen wir mal, war da drin, so zwei Packungen, so, ne, und, ähm, ja, dann waren wir zwei Stunden zu früh bei der Lesung, ja, auch uns passiert sowas und sind dann nochmal irgendwie essen gegangen und ich habe dieses Paket da liegen gelassen vor der Bar, ne, und dann, ja, kommen wir zurück, äh, Paket natürlich weg, also wenn man jetzt eine wirklich erleuchtete Seele, würde überhaupt nicht hadern damit, sondern würde sagen, ja, okay, ist weg, ist weg, ähm, und was soll's, konnte ich in dem Moment nicht, also ich habe tatsächlich, äh, mich echt geärgert, obwohl ich wusste, dass auch das verschwendete Lebensenergie ist, ähm, aber, ähm, natürlich, ja, man tut, was man kann, habe dann nochmal den Barbesitzer gefragt, äh, der wusste auch nicht so richtig, aber er ist sowieso ein total netter Typ da in der Z-Bar und der, äh, ist dann nochmal auf die Suche gegangen und hat es tatsächlich gefunden und das war auf das Paket und eigentlich von den Getränkepaketen war auch so, ne, und, äh, wie gesagt, am Anfang habe ich schon ein bisschen gehadert, aber dann habe ich es zumindest hingekriegt, zu sagen, hey, ist super, dass eins wieder da ist, ich hätte jetzt auch sagen können, oh, wie schlimm, dass das andere weg ist, ne, aber eins war wieder da, ja, also du hast immer die Chance, jetzt mein Glücks, äh, Keks-Guru-Spruch heute, jetzt habe ich ja die Chance, das, ähm, halbvolle zu sehen, das schafft man nicht immer, äh, ist auch egal, man muss sich jetzt auch nicht so stressen damit, aber, äh, wie gesagt, das Universum will einfach nur sagen, äh, was jeder gute Dating-Coach dir sagen würde, sei vorbereitet und üb das, üb diesen Scheiß vorher, so, ne, ja, und auch, äh, üb somit Ablehnung umzugehen, das ist, das ist ja auch ein Grund, warum es viele nicht machen, weil sie die Ablehnung so schlimm, so schlimm finden, ne, und man muss, ja, man muss irgendwie so ein Level finden, mit dem man sich noch, ähm, gut fühlt, so, ne, ich, ich, äh, zum Beispiel so Frauen aus der Kalten, äh, in der Fußgeneration ansprechen, würde ich mich jetzt nicht wohl mitfühlen, aber in so einer Situation würde ich mich auch wohl fühlen, also, und dann ist das das richtige Übungslevel, sozusagen, ne, äh, äh, so, stecke ich doch noch tiefer in der Liebesroute, als ich dachte, naja, ich kann das schon verstehen, trotzdem, stell sie nicht auf den Podest, ne, bin da schon, dass dieses kurze Happening so viele Spuren erlassen hat, würde mich sehr freuen, was du dazu denkst, vielleicht kennt der andere aus der Community auch solche Situationen, also ich kenne es auf jeden Fall, die Sachen, ja, ich meine, mir fällt jetzt gerade nichts ein, das ist alles schon länger her, aber, äh, also jetzt aus der jüngsten Zeit, also aus den letzten Jahren jetzt nicht mehr, weil ich es dann immer gemacht habe, wenn ich es machen wollte, ähm, aber von früher kann ich das auch so, ne, definitiv, ne, ähm, aber ich kann auch, ich glaube, ein Grund könnte auch sein, diese Angst vor Ablehnung, so, ähm, das kann ja manchmal auch, äh, nicht so leicht sein, so, ne, und das ist überhaupt der Clou, da so ein bisschen dickeres Fell zu kriegen, in diesem Sinne müssen wir jetzt nach München, schneit es in München schon, schreibt es gerne in die Kommentare, wir sehen uns mal wieder, tschau, lieben. Okay. Okay. Vielen Dank.